oh wir verlieren aber viele herzen hier so und wir sind gleich da wir sind da ihr könnt ja mal auf den fernseher gucken ich muss ja mal ein bisschen nase putzen und so we're ready for liftoff mr mcdee i'm not a moment too soon stop in tight we be dear off we go nothing but blue skies ahead clear as a bell not a cloud in sight launchpad knock off that infernal chatter gee whiz i was only trying to lighten the mood if anything we need to lighten plane feels like she's lost maneuverability with all the unexpected cargo we seem to have picked up no worries mr mcdee i've got the coordinates for shadow pass locked in we'll be there lickety split more like lickety splat oh mc money sack ach ja so hieß der böse damals mc money sack to whom do i owe my thanks you're idiotic pilot or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane you dirty cheat only you could sink so low and at fifteen thousand feet no less complain all you like the lost crown of genghis khan will look right at home on my feathered jogging wouldn't you say scroogey that's what you think you'll never beat us to shadow pass so the crown is in shadow pass eh thanks for telling me okay 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 stimmt die panzerknacker gehören ja glaube ich auch so ein bisschen zu ihm mc money sack so cool was ist jetzt quasi so eine art boss kam das tat im flugzeug gar nicht so gut also wir müssen wirklich darauf achten dass wir die bomben auch zurückfeuern zu mc money sack auf das flugzeug das ist aber geil gemacht irgendwie so und nochmal treffen naja fängt schon an zu quallen der mc money sack oh panzerknacker einer nach dem andern so mal aber platz hier und mc money sack ist außer gefecht ach ich find das geil ich find ducktates echt geil die geschichte ist so geil erzählt ähm das ist echt so ein spiel was ich mir gerne gekauft hab so ein problem hertag ja schön ja er sieht da übrigens mein fernseher mit connect drauf und darüber ein bild von meinem vater meiner mutter und mir als ich klein war oh 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 ah da hinten erwartet uns schon der boss das war definitiv nicht ich was es ist es wird lange dauert wenn es versucht zwischen mir und dem verletzten kronen uncle scrooge nicht geh keine Angst, was in dieser cave ist nicht viel für deinen uncle scrooge meine kamera klingt fast so da sind wir wieder ok ah so es geht auch nicht runter oder sowas also zumindest äh ist da nichts ersichtlich puh ja die hasen die haben mich gleich voll in der mangel ok ok supi ups wir sind hinüber ich muss viel trinken also bei einer erkältung ist wichtig viel zu trinken viel viel zu trinken viel viel zu trinken so immer wichtig ist äh den stab auch wieder einzufahren im kogo stab wenn man irgendwie landet ähm sonst landet man im schnee und kommt nicht mehr voran so ok boah 1,6 millionen haben wir ungefähr ja und nun kommt oi ein bosskampf und der controller habt das mitgekriegt der hat volle kanne vibriert alter wie mach ich das jetzt ach cool also ähnlich wie beim panzer knackern ah so dann hauen wir ihm ah ouch das tat weh so er haut jetzt wieder gegen die wand und wir müssen jetzt gucken den felsen hauen wir runter zack er kriegt nur auf den kopf und wir springen er ist ein wenig stinkig auf uns ich glaube er mag uns nicht wirklich ich finde das auch schön dass die bosse gar nicht allzu schwer sind so und ab auf den kopf oh oh da habe ich gerade im falschen moment was getrunken so und er lässt jetzt seine Wut raus und waaah so spring in die mitte und lass dich niederstampfen so der bossfight ist glaube ich auch schon fast vorbei okay zumindest fast okay so und runter mit ihm und rauf auf den kopf wir kriegen jetzt das was wir wollen so sob so er sieht queremos ho ho hi aber ja genau Okay, ihr wisst Bescheid, Leute, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh, ist das geil. So, ist auf den Dorn getreten, den Dorn rausgezogen, die verlorene Krone des Genghis Khan, ach geil, gut, ist geil, ist geil, das macht echt Spaß. Okay, ein bisschen abgedreht, das Spiel, also ein bisschen cool. Ja, Level abgeschlossen. Ja, coole Sache. Ach, ich hab ja hier noch ein Glückskeks liegen von Kombi, was sagt der Glückskeks uns? Du wirst zu einem aufgeregenden Ereignis gewesen, okay? Okay. Boah, 1,6 Millionen, 2,6 Millionen, 2,8 Millionen ungefähr. Wenn ich nicht falsch liege, ja. Super. Das heißt, wir müssen noch auf den Mond. Okay. 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 So, Ende gut, alles gut Heißt Sammle die verlorene Krone Genghis Khan Okay, wir geben den Erfolg mal frei auf Facebook DuckTales Remastered Also ich gebe meine Erfolge gerne auf Facebook frei Weil ich finde das eine coole Sache Das machen ja einige, die eine Playstation haben auch Ähm Das einzige, was mich noch so ein bisschen ärgert Du kannst Handy-Erfolge nicht so freigeben Oder die werden nicht automatisch freigegeben Das nervt mich so ein bisschen So Und irgendwie werden es auch immer weniger Ähm Gemälde und sowas, die wir kaufen müssen Hintergrundbilder Uh So Schaffen wir das noch hier frei zu kaufen? Ja So Dann fängt es nämlich auch schon bald mit der Musik an Siehste, siehste, siehste Also können wir zumindest beim nächsten Versuch noch so ein bisschen Musik kaufen Ich weiß ja nicht, was hier nachkommt Nach dem Mond Ja Wir reisen jetzt auf den Mond Ja Okay Ich bin ja mal gespannt Der grüne Käse der Langlebigkeit Okay Ach geil Ist ja cool gemacht Ist wirklich geil gemacht So Was für Viecher erwarten uns denn auf dem Mond Ach ja So alle möglichen Aliens und sowas Oh 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 Das wird nicht einfach Vielleicht wird das auch der letzte Kampf Ich weiß es gar nicht mehr Ob danach noch was kam Ach hier Fenton Der so ein bisschen aussah wie Donut Duck Oh Okay 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Gizmoduck heißt der jetzt im Deutschen nicht irgendwie anders? Gizmoduck? Nee. Im Deutschen heißt er anders. Ich weiß es nicht. Naja, wir werden jetzt erstmal... So, ich glaube, wir gehen erstmal oben lang, bevor wir dann nach unten gehen. Das wird spannend und zugleich... ...richtig episch. Boah, Hammer. So. So. Wow, 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 wow. So. Ich finde das geil, dass von diesem Anzug doch noch ein paar Partikel liegen bleiben. Also selbst darauf wurde geachtet bei, äh, diesem Remake, dass das doch so ein bisschen auf Höhe der Zeit ist, dass jetzt irgendwie... ...doch irgendwie so Partikel durch die Gegend fliegen, Partikel, äh, liegen bleiben. Das finde ich cool. So, und wir sind hier auf dem Mond und... ...hört mal. Was der Controller macht. Gut. Okay, okay. Das heißt... ...wir müssen mal gucken. Wir könnten auch rechts weiter, aber da unten wäre dann erstmal doch der Boss. Puh. Ach hier, die ganzen Aliens und sowas. Ach ja. So, ich hoffe mal, wir kriegen hier so ein paar Diamanten. Ein paar Edelsteine, meine ich. Autsch, das tut weh. phänomenon. Okay. Jetzt das hier weiter... Hier weiter... ... ... ... ... ...